Hallo! Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns total, hier zu sein. Denn wie manche ja eben bereits gehört haben, wir haben den BSC gewonnen bei den Song Contest. Und das verschafft uns die Möglichkeit, heute hier aufzutreten. Wir sind total aufgeregt, denn das war eben eine Weltpremiere. Ebenso wie der nächste Song. Roses. Und hier haben wir eine kleine Aufgabe für euch. Ihr dürft mitsingen. Ganz einfach. Ihr seid noch zu leise. Oh. 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 Yeah. Das war's. 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 Das war's.